Habt ihr gehört, was Oma vorhin gesagt hat? Ich möchte lieber in Saint-Julien sterben. Vielleicht ist dir das wichtig. Überlegt mal. Vielleicht will sie aber noch gar nicht sterben. Okay, verstehe. War eine blöde Idee. Vergessen wir's. Hangst ihn neurotisch. Hört mal, eure Großmutter hat in den letzten Nächten die Wohnung verlassen. Ganz allein. Geht es darum, Oma in ein Altersheim zu stecken oder sowas? Nein. Doch, schon. In gewisser Weise, ja. Ja, irgendwie schon. Und wie wär's, wenn jeder von uns die mal zu sich nimmt? Nein, nein, ich find das überhaupt keine gute Idee. Wir haben schließlich alle noch ein Leben. Ich wünsche mir, dass wir alle wieder zusammenkommen und eins sind und Ruhe finden.